Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Die Suche nach dem neuen Bayern-Trainer. Wer könnte es werden? Mögliche Trainerkandidaten für den FC Bayern München. München, Deutschlands Fußballmetropole mit Herz, steht vor einer spannenden Entscheidung. Wer wird neuer Trainer beim prestigeträchtigen FC Bayern München? Nachfolgend betrachten wir einige potenzielle Kandidaten für den Posten. Eric Tenhek. Der aktuelle Trainer von Ajax Amsterdam. Eric Tenhek kann auf eine beeindruckende internationale Laufbahn zurückblicken, die Zweifelsohne seine Qualifikation als Trainerkandidat für die Bayern unterstreicht. Tenhek hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er junge Spieler hervorragend entwickeln kann. Ein Aspekt, der für den zukünftigen Erfolg des FC Bayern von entscheidender Bedeutung sein könnte. Quelle Kicker.die Alonso. Eine weitere spannende Option könnte Xabi Alonso sein. Der ehemalige bayerische Mittelfeldstar und aktuelle Cheftrainer der B-Mannschaft von Real Sociedad hat gezeigt, dass er taktische Finesse besitzt und bereit ist, Innovationen im Spielfeld einzuführen. Quelle Sport. Jürgen Klopp. Obwohl Jürgen Klopp momentan beim FC Liverpool unter Vertrag steht, spekulieren einige Experten doch immer wieder über ein mögliches Engagement bei den Bayern. Seine Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene sowie sein charismatischer Führungsstil machen ihn zu einer faszinierenden Option. Quelle Sportbild. Ralf Hasenhüttl. Ralf Hasenhüttl, der gegenwärtige Trainer von Southampton FC, hat sich durch seine beeindruckende Arbeit in der englischen Premier League einen Namen gemacht. Die Kombination aus seiner taktischen Kompetenz und seiner Fähigkeit, Spieler weiterzuentwickeln, könnte ein attraktiver Anreiz für die Bayern sein. Quelle suite-deutsche.de Obwohl der FC Bayern eine reiche Auswahl an potenziellen Trainern hat, wird letztlich die Entscheidung auf viele Faktoren ankommen. Die Vereinsführung muss dabei sowohl kurz- als auch langfristige Ziele im Blick behalten. Autor Anita Farke, Freitag, 3. Mai 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.